hallo liebe freunde und willkommen zurück zu evil within lasst uns noch mal eben kurz einsammeln was hier vielleicht noch einzusammeln gewesen ist vielleicht brauchen wir noch das eine oder andere vielleicht haben wir was übersehen oder können es jetzt zusätzlich einsammeln und erst mal dass wir unsere waffen nachladen ja für diese haben wir gar keine munition mehr in der fresse was war hier kurz die auffüllen wenn wir das auch einsammeln dann liegt noch einer rum wenn wir nicht einsammeln können da oben stecken bolzen drin da haben wir noch streichelzer jetzt haben wir wieder vier vorher hatten wir gar keine mehr was vermutlich auch grund dafür war dass wir ruhig oder fake ruhig nicht anzünden konnten haben wir noch mal wieder ein bisschen schmodder aber hoch vielleicht hat sich ja hier das teil hat sich nicht geöffnet soll vermutlich auch nicht sein immer noch ein bisschen schmodder da liegt noch mal wieder energie auch ein bisschen schmodder eine fackel die müssen cooler als die flasche weil die lampe haben wir nicht mehr die haben wir vorhin also in der letzten folge bei ruhig den kopf gekloppt auch nicht schon wieder doch doch das sind echt jetzt scharf schützen die kriegen wir auch weggeschossen die haben wir schon mal ja ey ich hoffe das war jetzt alles hier mit elender schießerei das glänzt das licht vielleicht auch noch patronen gehabt ja komm wenn wir schon eine rumliegt dann nehmen wir die auch gleich mit was ist hier los was zum einsammeln warum können wir hier so rummogen oh das sind jetzt wieder ich halte jetzt nicht das gleich ein das ding ist aus aber hier kommen wir jetzt nicht weiter feueranlagen können wir auslösen haben wir noch ein paar patronen was wird das hier da haben wir einen schalter bombe flinden munition noch wieder was zum einsammeln wenn ich das zum einsammeln aber eben kurz mal durchladen ist auch was wenn wir jetzt hier lang nehmen das auch wieder was zum einsammeln wenn wir hier fallen vorhanden da tun wir nicht an es können wir hier durch ok seltsam oh ich sehe doch was oh die tür ist weg scheiße oh oh Oh, Mist. Warum ist das? Was? Wie? Oh, der weiß doch, dass beide da lang gehen müssen. Oh, daneben. Scheiße. Da liegen zwei Stück. Kippt ihr auch noch mal um. Ein bisschen vielleicht. Oh. Ja. Oh. 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 Und weg. Oh. Das auch hätte in die Hose gehen können. Scheiße. Das ist viel zu langsam. Einfach hochklettern. Einfach hochklettern. Einfach hochklettern. Nein, nein. Hochklettern, Mann. Boah. Dankeschön. Oh, warte mal. Wir haben ja noch die hier. Oh. 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 Das war sehr schön. Oh. Oh. Zustände. So, jetzt aber weg hier. Hoffentlich war es das dann auch. Oh. Was zum... Oh. Oh. Und was jetzt? Hä? Wie? Okay. Ach so. Ha. Wenn wir davon erwischt werden, kommen wir wieder zurück. Oh. Nein! Von hier an der Seite lang? Jo. Nicht pur. Ja. So. Dort entlang. Da. Hier rein. Okay. In der Gasse bleiben. So. Da entlang. So. Mhm. So. Hier entlang. Oh, 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 oh. Uh. Dort sind... Seile gespannt. Auch wieder Seile gespannt. Ah. Oh. 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 Ah. Tja. War ja zu erwarten. Ein Fehltritt. Gleich tot. Oh. 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 Dann lieber hier lang, wa? Oh. Oh. ach seh an, von da wenigstens so frisch jetzt haben wir das Auge da what the so eine scheiße komm schon rennen oh nein oh fuck lauf 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 mann 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 leute jetzt sind wir wieder draußen oder was ich will da wieder rein ich muss vermutlich nichts bringen jetzt sind wir wieder vom eingang oder was so sind wir da hochgelatscht der würde uns verarschen, oder? und ein stuhl wenigstens wieder einen raum den wir streichhörzer bekommen haben wir sie an so speichern können wir hier ja machen wir mal der spiegel in unsere surrealität ist nicht mehr vorhanden jetzt können wir nur noch fahrstuhl fahren so wie es aussieht und ja das machen wir dann mal wo wird uns das hinbringen? hm 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 ja das kann ich verstehen hm hm oh oh das ist ein haus wo wo die 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 Teufel Was haben wir hier? Ist da jemand hinter? Ne da ist aber noch eine Tür Oh! Sebastian, geh weg von ihm! Sebastian, hör mir zu! Hör auf! Du willst doch dasselbe wie wir! Gut, ich verstehe. Du bist nicht die junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige... Was ist das denn jetzt schon wieder? Vor allem, sie hätte gerade ihre Chance gehabt zu schießen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Vor allem, sie hätte gerade ihre Chance gehabt zu schießen. Was ist das denn? Er hat ihn umgedrückt gemacht. Mother Brain. Boah. So ein verdrehter Scheiß. Oh. Oh Mann, wo geht's denn jetzt wieder hin? Jetzt wach auf, Junge. Oh. 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 ja ja nicht das trockte ja blöd oder das ja das ist Achso Achso Äh Wow Kontrollpunkt Oh nein Was? Echt jetzt? Was zum Teufel? Junge, Junge, Junge Ihr habt keine Ahnung Puh, ich weiß wir sind ziemlich am Ende, aber Auch an dieser Stelle sag ich nochmal Vielen Dank fürs Zuhören Bis zum nächsten Mal Mit dem letzten Teil von You will lose it Ciao Tja Tja Auf Wiedersehen Tja 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 Bis zum nächsten Mal.